Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban. Wir wollen jetzt das verrückte Buch jetzt endgültig besiegen. Und dazu brauchen wir... Nein, nicht die Zeit, Entschuldigung. Sondern dieses blöde Buch hier. Na los, Zeit, was du brauchst. Na los. Okay. Danke, Hermine. Ich hole es doch auch so los. Nein, Hermine, das sind nicht zu viele. Meins. Ja, Ron, jetzt nicht so... ähm, übertreiben, ne? Okay. Das nächste. Ich bin eigentlich immer ziemlich ruhig bei diesen Kämpfen, weil die ziemlich laut sind. Also wundert euch nicht. Außerdem packen mich diese Kämpfe. So, komm. Grund. S medex. ίναι. Grad. E эти Quorafure sind her vote. Geht, sie ist eine großartige Leistung, die beiden. Ron, ich glaube, deine Zauberkraft hat sich verbessert. Klar, Hermine! Natürlich hat sie sich verbessert. Wieso denn nicht? Ich bin schließlich Ron Weasley. Ich bin berühmt. Halt, war das nicht Harrys Part? Ja, Harry, was glaubst du, was wir die ganze Zeit machen, Mensch? Ich bin schließlich Ron! Ich bin jetzt auch nicht schrault. Au. Wenn wir das letzte Monster besiegen, bekommen wir die letzte Karte des Satzes. Toll. Das war vielleicht ein Durcheinander gerade. Scheiße. Okay. Leute, das letzte Mal. Kommt schon. Gott sei Dank, ey. Ja, damit Hagrid es gleich als Tierchen an der Leine führen kann, oder was? So, 66 Karten. Wir haben alle fünf Waldhexen sind es, glaube ich. Ja, Waldhexen. Äh, ja. Boah, wir brauchen nur noch eine Hexenkarte und vier Zaubererkarten und vier Tierwesenkarten. Dann haben wir alle Karten bis auf die Sonderkarten. Und die Sonderkarten sind nochmal ganz besonders. So, wo ist das nächste Passwort? Nein, da waren wir schon. Vierter Stock. Fünfter Stock. Also gehen wir jetzt mal in den vierten Stock. Lalalalalalala. Hier haben wir alles abgeschlossen. Soweit ich weiß. Kann ich da irgendwas anzuhören? Natürlich nicht. Kann ich das große... Nein! Oh Mann, oh! Ich erinnere mich immer noch, dass wir irgendeinen Ding vergessen haben. Ach ja, genau. Hier ist... Ähm... Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hier ist ein Totenkopf, den wir anzaubern können. Ist das nicht cool? So. Hermine, geh da weg. Ich muss auf den Tisch drauf. So. Give it to me. Eine Bonne. Kann ich das machen? Nein. Nicht so wie letztes Jahr, wo lauter Spinnen rausgekommen sind. Ja, ja. Und zaubern. Bäh. Scheint im Moment verschlossen zu sein. Ja, ja. Das war mit den Dementoren da. Möchtest du die Karp-Retractum-Aufgabe wiederholen, nur? Nein. Will er nicht. Hauen wir ab. Kann ich den Globus wieder umdrehen? Nein. Schade. Wäre lustig gewesen. So. Geht nicht. Habe ich gerade schon mal versucht. Boah, Hilfe. Okay. Ab in den vierten Stock. Da ist er. Bäm. Geht nicht. Geht hier eigentlich irgendwas? Außer die Truhe. Mensch. Oh, da ist ein Händler. Gut. Bild. 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 Bäh. Hey Harry. Hier drüben. Komm schon, du Nervi. Zeig her. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Ja. Ja, ich nehme es. Immer wieder gerne, Harry. Gut. Danke. So. Dem Kumpel. Anzaubern. Anzaubern. So. Hey Harry. Hier drüben. Ja. Nervi. Ich komme gleich. Gut. Ich komme nochmal. Und weh, du hast die Hexe jetzt nicht. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Ja. Die letzte. Ja, ich nehme es. Immer wieder gerne, Harry. Brava, Junge. Danke für die Bildkarte. So, was ist hier? Hier war irgendwas. Das weiß ich. Hier war irgendwas. Leute. Man kann mir nichts anzaubern. Hier war noch ein Speicherbuch. Wie billig. Na gut, dann speichere ich halt mal, ne? Und lösen noch schnell das nächste Geheimnis, dass hinter Bertie Bots Portrait versteckt ist. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Yeah, wie geil! Bam! Wow, massig Kesselkuchen und Kürbispasteten vor uns. Und ein Elasto-Feld. Yay! Wuhu! Okay. Jetzt gehen wir noch schnell in den fünften, statt zum nächsten. Dann können wir, glaube ich, wieder zu Fred und George und uns das nächste Passwort kaufen. Okay. Okay. Ach ja, genau. Hier war das. Äh. Hier. Ja, genau. Jetzt ist das Teil da geöffnet. Die Pulshof! Hallo, Flora! Hui! Ganz wie viele Bohnen. Bauchnabel. Nein, ich will noch nicht in den Bauchnabel rein. Hallo, Flora! Hallo, Flora! Bäh, 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 bäh! Kann ich hier noch was anzaubern? Nein, hier kann ich nichts mehr anzaubern. Hier noch irgendein Portrait, das ich vielleicht anzaubern könnte. Nein. Gut. Bauchnabel. Gehen wir in den Bauchnabel rein. Bäh! Ekelig. Sind Ron und Hermine dabei? Natürlich nicht. Oh ne, Imps. Why? Why always these fucking Imps? Oh, sorry, das war bad language. Das wollte ich nicht. So, Harry. Genau, tu dich mal selbst in die Luft sprengen mit diesen scheiß Knallbonbons. Na los, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aua! Geh schon mal im Voraus zu Depuls... Aua! Na los. Gib schon her das Ding, damit ich dich töten kann. Gut. Give it to me. Give me the ball. Wie Vario jetzt sagen würde. So. Ein Schoko-Frosch, das ist doch mal schön. Kann ich das ansaubern? Nein. Nochmal. Nochmal. Geilomatico. Ne, nicht nochmal. Lauter Kürbispasteten für uns. Das nenne ich doch mal einen guten Fang. Hier ist noch ein schöner Schoko-Frosch. Ey. Und ein Geheimnis im Geheimnis im Geheimnis. Wuhu. 70 Sammelkarten, noch 10 Leute. Und ich würde sagen, gehe ich hier raus. Damit beende ich das Video und beim nächsten Mal werde ich dann die zwei fehlenden Passwörter kaufen. Und danach werden wir die Geheimnisse dieser beiden Dinger lüften und den Rest der anderen Sammelkarten kaufen. Also bis dann. Tschüss.